Und damit hallo und herzlich willkommen zum Market Briefing von Drehlingportal.net Die Hitzewelle ist erstmal vorüber, ich bin wieder da und der kleine Kurzurlaub damit beendet Wir schauen nun auf die Indizes, auf das Marktgeschehen, auf dem wichtigen Quartalsabschluss Bevor wir dahin kommen, wieder der Hinweis für unser Gewinnspiel Wer dabei sein möchte, im Lostopf einfach diesen YouTube-Kanal abonnieren, ein Like da lassen und ein Kommentar verfassen Und ihr seid dann automatisch mit dabei Aber kommen wir zum Marktgeschehen, und da gab es doch einige bekannte Bilder, die wir gestern gesehen haben Der DAX mit einem bullischen Ausflug, der wieder abgegeben ist Dann die hohe US-Future, die stabil war und trotzdem der DAX abgegeben hat Das kennen wir doch wirklich noch aus der Vorwoche Diese starke Underperformance, die US-Indizesen-Vorwoche mit einem Squeeze beendet Sehr starke Woche, zweitbeste Woche in diesem Jahr Und der DAX leicht im Minus, also eine starke Underperformance Und gestern war es wieder ganz ähnlich Und so gehen wir nun hinein Richtung Quartalsabschluss Das wird nochmal richtig interessant Wir schauen nochmal auf die US-Indizes, die gestern unterhalb des Freitags-Niveaus geschlossen haben Sie konnten den hohen Future-Stand nicht halten Weil schwache Daten reingekommen, äh, nicht schwache Daten Schwache Daten haben den Squeeze ausgelöst in der vergangenen Woche Weil das Mantra zu schwache Daten heißt Die FED kann nicht so stark agieren Sie wird ihre Strafungspolitik anpassen Gestern gab es erstmals, zumindest aus der zweiten Reihe, etwas bessere Daten Die die Erwartungshaltung getroffen haben Und das sorgt dann wieder, ja, dass die Future wieder zurückgekommen sind Also, Bad News oder Good News Und gute Nachrichten sind dann die schlechten Nachrichten Der DAX im Plus gestartet Da weiterhin stark der Underperformer Der S&P minus 0,3% Dow minus 0,2% Nasdaq minus 0,81% Ja, da ist jetzt nicht viel passiert Gestern, wie gesagt, die Konjunkturdaten Die etwas besser ausgefallen Hier ist das City Economic Surprise Index Aus der Mist eben Ähm, die, ja, die Konjunkturdaten Ob die auf der Ober- oder Unterseite überraschen Fast nur durchgängig, wochenlang Nur die Überraschung auf der Unterseite Gestern aus der zweiten Reihe Mal die Überraschung auf der Oberseite Äh, ja, das war dann wieder ein Punkt Oh nein, jetzt zieht die Konjunktur vielleicht wieder an Und dann muss die FED, äh, kann die FED doch straf weiter durchstrafen Ja, das war dann ein bisschen Ernüchterung Aber, ja, das muss man alles Äh, wirklich, äh Nüchtern betrachten Die Rallye hat auch dünnes Volumen gehabt Äh, wenn wir hier nochmal schauen Die, äh, die Wochenperformance Von S&P 500, naja, meine Güte Das sieht sehr volatil aus Wir hatten sehr viele negative Wochen Und die positiven Wochen Die hatten es richtig in sich Massiv ging es da nach oben Äh, und ja, es war mit die zweitbeste Woche In diesem Jahr Und dünnes Volumen Hatten wir abermals, wir hatten einen Impuls Der abermals halt fraglich ist, ne Ja, weil wir die Hoffnungssuchschwache Konjunktur hatten In Sturz in eine Rezession Heißt zugleich, die Notenbank könnte gegebenenfalls ihren sehr starken Straffungsplan Etwas nach unten anpassen Ja, dieses, äh, diese, ja, diese fragilen Impulse Bei dünnem Volumen dann, äh, die hatten zuletzt nicht eine sehr lange, äh, warte ich nicht, keine lange Halbwertszeit Äh, jetzt kommt noch das Window Tracing zum Quartalswechsel So, das könnte kurzfristig weiter stützen Das macht den Quartalsabschluss auch so interessant Wir blicken hier nochmal kurz auf den Vergleich zu den großen Bärenmärkten Und rot eingezeichnet Unser aktueller Bärenmarkt Hatte ich ja vor, hm, zwei Wochen ein Video gemacht Wo stehen wir im Bärenmarkt? Äh, was ist noch zu erwarten? Und sind wir in einem Bärenmarkt innerhalb einer Rezession? Ist das immer ein Zeichen? Uh, der ist nachtragend Der zieht sich hin Ähm, und dann wären wir ungefähr auf halber Strecke Denn so ein Bärenmarkt ist nicht nur stark nach unten ausgeprägt Führt zu einer Resignation bei den Anlegern Sondern eben auch die Komponente Zeit Spielt hier eine, äh, große Rolle Also es zieht sich hin, eins bis zwei Jahre Bis man den Boden sieht Und dann erst die Erholungssequenz, die dann beginnt Also hier durchaus sind wir in einem großen Bärenmarkt Innerhalb einer Rezession Äh, dann kann es gut sein, dass wir uns erst auf halber Strecke befinden Auch wenn aktuell der Start wieder fester angestrebt wird Wir hatten gerade, dass Konsumklima, was gemeldet worden ist Das aus Deutschland, das GfK-Konsumklima, äh, hat einen, äh, den tiefsten Stand seit 1991 Beginn der Aufzeichnung der Daten erreicht Noch tiefer als Corona Die Verbraucher sehen zunehmend die Gefahr einer Rezession Und vor allem die Einkommenserwartungen sinken auf ein 20-Jahres-Tief Thema Inflation, ne, die das Einkommen wegfrisst Man passt, man passt nun an, ähm, passt sich an Konsumiert nicht mehr alles Äh, schaut genauer auf den Preis Ja, und das wirkt jetzt auf, sich auf diese Daten auf Und diesen schwachen Datensatz, der niedrigste Stand seit Aufzeichnung der Daten Aber, mein Gott, vielleicht die Hoffnung, dass die EZB nicht ganz so stark straffen wird Ja, dieses Mantra spielen wir ja aktuell Einen kleinen Hoffnungsfunden gab es auch Hier sind mal die Containerfrachtkosten zu sehen Äh, ob nun auf New York, Rotterdam, Shanghai, Los Angeles, etc. Anscheinend haben wir hier den Peak gesehen Es gab ja eine Explosion der Frachtkosten Immer noch deutlich über dem Krisenniveau Das ist, äh, das ist ja unverändert Aber eben ein Peak ist erkennbar Und vielleicht der Hinweis, dass wir in der Tat im Spätsommer Dann auch den Peak der Inflation sehen werden Und dann den Weg langsam nach unten Der aber durchaus sich hinziehen kann Ja, nochmal Termine dieser Woche Gestern, wie gesagt, leicht bessere Daten aus der zweiten Reihe Heute ist Konsumklima mit dem Allzeittief Äh, Verbrauervertrauen kommt heute USA noch rein Könnte auch noch so ein, ja, hm Das Konsumklima ist ja auch in den USA wichtig Für den Kurs BIP-Wachstum Zu schwache Daten Äh, könnten ja hier wieder Bad News und Good News Die Hoffnung wecken, dass die Notenbank eben gegebenenfalls Nicht so stark straffen kann Auch wenn mehrere EZB-Sprecher heute vormatet Auch Madame Lagarde Äh, das könnte auch noch Ein wichtiger Impulse Dann haben wir Mittwoch eine Am Zoom-Quartalsabschl Letzte Tage, in diesem Quartal Werden die neuen Verbraucherpreise aus Deutschland gemeldet Jetzt die große Hoffnung Ist das jetzt schon Haben wir den Peak der Inflation gesehen Ist das diese Hoffnung Dass dann vielleicht nicht so stark gestraft werden muss Oder gibt es jetzt pünktlich Zum Quartalsabschluss vielleicht noch den kleinen Schocker Und die Zahlen überraschen nochmal auf der Oberseite Ich meine, im Juni ist ja nun Die Energiepreise nicht signifikant zurückgekommen Also jetzt eine starke Überraschung auf der Unterseite Das ist vielleicht eher unwahrscheinlich Überraschung auf der Oberseite Kann ein richtiger Dämpfer sein Weil eben die EZB plötzlich dann auch Den großen Zinsstritt sehen wird Also pünktlich zum Quartalsabschluss Die Verbraucherpreise Das Zünglein an der Waage Für den Quartalsabschluss Wird ganz wichtig sein Ja, dann haben wir Was haben wir noch Okay, PCR-Kernrate USA auch Inflationsdaten in den Quartalsabschluss hinein Auch wichtig Das Thema Inflation Wird das Zünglein an der Waage sein Für den wichtigen Quartalsabschluss Ob wir in der Tat Ein bisschen Windows-Dressing sehen Absetzen von der Supportzone Oder ob wir vielleicht sogar den Support verletzen In den Quartalschluss hinein Gut, das soll es gewesen sein Wir gehen mal hinein in die Short-Bilder Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Bis zur Eröffnung Future aktuell fester Ich schaue mal kurz Woran es liegt Ja, das GFK-Konsumklima Könnte man natürlich sagen So schwach Hurra, hurra Das ist wieder gut Aber ich denke Es ist eine Meldung aus China Dass die Covid-Restriktionen Weiter gelockert werden Das könnte ein wichtiger Punkt sein Dass aktuell eben die Future wieder hochkommt Aber mal sehen Die ganzen Kontorrelle Die wir jetzt immer gesehen Auch am US Bis zum mittleren Bollinger-Band Jetzt wieder Immer das dünne Volumen Immer der fragliche Impuls Aber eigentlich Die Kontorrelle immer noch flach Für eine Bärenmock Das sind eigentlich auch mal Rallys Möglich deutlich in den zweistelligen Prozentbereich Bisher immer auffällig flach Vielleicht wird es mit dem Windows-Dressing Noch ein bisschen mehr Wir schauen mal hinein in die Indizes Schauen wir auf den DAX-Quartal Weil der Quartalsabschluss Donnerstag ansteht Und ja Unterhalb der 14.000 War das mittlere Bollinger-Band Hier an der 13.000 Knapp ein Ziel Das haben wir getestet Hier zu sehen Grau das mittlere Bollinger-Band Getestet Wäre gut Dass wir jetzt auch oberhalb bleiben Um in Idealus Auch noch ein bisschen absetzen Vielleicht sogar noch eine längere Lunte An der Kerze ausbilden Die dann eben Stabilität verspricht Bleiben wir oberhalb der 13.000 Hätten wir auch im nächsten Quartal Erstmal die Range zu 14.000 aktiv Darüber weitere Aufwendungen Zu 15.000 möglich Verletzen wir die 13.000 In den Quartalswechsel hinein Dann sind wir eigentlich sofort Hier in diesem Bereich Drinnen im nächsten Quartal Vermutlich dürfte das Jahrestief Einen neuen Test Beziehungsweise sogar unterschritten werden Da wichtig Jetzt ein bisschen absetzen Akt Erstehen wir noch ziemlich nah Hier dran Am mittleren Bollinger Und es wäre gut Dass eben der Quartalsabschluss Zögler an der Waage Die Inflationsdaten kurz vor Den Quartalsabschluss Dass hier das Absetzen gelingt Bis dahin kann es volatil bleiben Zwischen Hoffnung und Bank Zwischen Ja Window Dressing In den Quartalsabschluss hinein Und vielleicht Inflationsdaten Die doch noch mal Negativ überraschen Das wird leider bis Mittwoch Und Donnerstag Ein großer Unbekannte bleiben Und auch die Volatilität Im Markt halten Hinein in den Wochen Schaut hier die Kerze Eine Woche Die Jahrbereich 13.220 Weiterhin umkämpft Der Future steht doch Aktuell wieder in dieser Zone Und hier drin SMA 200 Redreht man in diesem Bereich Oberhalb War die erste Range Aktiv bis 13.380 Haben wir gestern getestet Darüber Während die Erweiterung Zum EMA 200 Und der alten Trendlinie Bei 13.560 Zu erwarten Hier im Wochenstart Als Wochencluster Also OPEP der 220 380 Darüber 560 Im Blick Im Blick Geht es noch weiter Hätten wir sogar Das Gap Plus An 67 Für möglich Unterhalb der 27 Hingegen War die 120 Das erste Die 13.120 Erste Anlaufzone Dann haben wir gestern Auch Gold War schon ein bisschen Volatilität Vorhalten in dem Wochenstart Haben wir gestern Gold Rutschen wir dort noch durch Dann ist in der Tat Auch die 12.910 Wieder im Fokus Und könnte Ja einen Test Erfahren Hinein in den Tagesschart Gestrige Tageskerze Schwach Erinnert ein bisschen An die Tageskerze Am 21.06 Ausflug nach oben Wieder komplett abgegeben Wird nicht gehalten Das ist der ähnliche Verlauf Den wir haben Obwohl die US Future fest waren Ist natürlich keine Bullische Einladung Jetzt haben wir die Meldung Aus China Und eben das schwache Konsumklima Und das man vielleicht Auch positiv sehen könnte Im Umfeld eines Window Tracing Mal sehen wie man hereingeht Aus dieser Einladung Hier Bullische Einladung Ist diese Tageskerze Jedenfalls Nicht 13.220 Erste relevante Zone Wie gesagt Wir stehen auch genau In diesem Bereich Oberhalb Kann die Range So 345 Aufrechterhalten werden Innerhalb der Vortageskerze Kommen wir drüber Während 405 Und im weiteren Schritt Hier das unechte Gap Bei der 480 Das nächste Ziel Was wir hätten Kommen wir darüber Seit ich 570 Zu nennen Und da Der 13.220 Hingegen 13.155 Und eben Die 120 Die wir gestern Schon getestet haben Innerhalb der Vortageskerze Aber im Vortagesbereich Dann rutschen wir Dort durch Die Erweiterung 13.080 So 13.000 Sind wir wieder Mittleres Bollinger Band Im Quartalschort Wo wir uns eigentlich Absetzen sollten Bis zum Quartalswechsel Wehe Wir schließen Unterhalb Falls es noch tiefer geht Seit die 12.910 Zu nennen Das sind nun Die einzelnen Cluster Vorbörse Ist volatil Dürfte uns auch Weiterhin erhalten Bleiben Wir gehen in die S&P 500 hinein In den Wochenchort Corona tief Dann Die große Ready-Nacht Mit Corona Und da sind wir Hier reingekommen Haben die SKS Formation weiterhin Noch aktiv Hat auch noch Ein paar Ziele Auf der Unterseite Vergangene Woche Habe ich gesagt 3.815 3.840 Eine wichtige Zone Kommen wir dort rüber Sehen wir einen Spike Richtung 3.900 Kommen wir dort noch rüber Ist die 4.000 Wieder möglich Mal sehen Die 3.900 Haben wir abgearbeitet War noch eine Gap-Zone Offen Können wir uns jetzt Weiter absetzen Wäre auch hier 4.030 Öffnet sich die Tür Zur 4.000 In der Tat Wieder Aber da wird es Schon wieder Schwierig Wir haben den ehemal 100 Bei 4.015 Und die SM 100 Bei 4.100 Ab 4.000 Luft Dünn In diesem Wochen Cluster Unterhalb der 3.815 Hingegen Haben wir wieder Die Eindrückung Wir würden vermutlich Die Tür Abermals öffnen Hier in diese Zone Hinein Habe ich noch nicht Angepasst Mit den Pfeilen Geht es abermals In dieser Zone Hier hinein Zum EMA 200 Bei 3.640 Darüber 3.500 Wäre auch Das Ziel Dieser SKS Formation Also mal sehen Ob jetzt Anschluss Zur Käufer Kommt Wir haben wie gesagt Diese Kontorellis Sind auffällig Flach Hat man hier auch Kontorelle Oh alles wieder gut Dann sind schon Die Gipfelkerze Da fiel wieder Alles in sich Zusammen Jetzt hatten wir Die Kontorelle Ins Gap Hinein Und in schwachen Wochen Starten Mal sehen Vielleicht wird es auch Bloß eine Gipfelkerze Die wir hier Sehen Also das sind die Cluster 3.815 Muss halten Dann über die 3.900 Wäre auch Angriff In dem Bereich 4.000 Möglich Erst darüber Hätten wir eine erste Auffälle Gehen hier hinein In den ersten P500 Tagesschart Sehen jetzt hier Diese Kontorelli Nochmal Die haben wir auch Hier gesehen Im Mai Im Mai Genau Jetzt haben wir Das waren 9,7% Jetzt haben wir sie Im Juni gesehen Das sind knapp 8% Das ist schon ordentlich Aber wenn man bedenkt Dass der DAX die gar nicht Mitgemacht hat Das ist schon auffällig Aber dass das Thema Nicht an die EZB Dass die jetzt ihre Strafungspolitik Beinnt Diese Underperformance Wurde aufgebaut Wo eben diese Meldung Hier kommt es mit dem Gas Wird das noch geliefert Ja und nein Das ist ein hoher Unsicherheitsfaktor Der jetzt im Markt ist Es beginnen die Wartungsarbeiten Bei Nord Stream 1 Im Juli Und müsste dann Ende Juli Müsste Nord Stream 1 Wieder anlaufen Die Gaslieferung Das ist die ganz große Frage Und es hält sich Nun gut einen Monat Noch hin Bis wir hier Klarheit haben Kommt die Gaslieferung Nicht mehr Lässt man die Leitung Jetzt tot Weil Deutschland möchte ja Sowieso neue Gaspartner suchen Und vielleicht möchte ja auch Russland hier noch Das Heft des Handelns In der Hand Behalten Und entscheidet Selbst wenn das Gas Abgestellt wird Gut möglich Dass das Dann nicht kommt Und mehr läuft das Gas Und mehr starke Rezessionen fallen Innerhalb einer Hohen Inflation Und das ist die Unsicherheit Diese Underperformance Beim DAX Jetzt auch noch Untermau Und das zieht sich In der Tat Bis in die EU Kommt das Gas wieder Alles gut Können sogar Rallys auslösen Aber wehe es kommt Nicht mehr im Juli Nach diesen Wartungsarbeiten Denn die Sparger sind In der Tat Nicht zu sehr gefüllt Das ist das Wort Kurz zu So einer Performance Im DAX Hier nochmal Wie gesagt Diese Kontra-Rallye Beim S&P 100 Dünnes Volumen Fragwürdiger Impuls Genau wie hier Damals Im Mai Anfang Juni Ist der auch In sich zusammengefallen Jetzt haben wir auch noch Das Window Tracing Dazu ein Sonderfaktor Zum Quartalsabschluss Was gerne stützend ist Aber eben auch Die Inflationszahlen Die in den In den Quartalsschluss Hinein fallen Wir haben das mittlere Boninger Band Anvisiert Hier war der Bereich 3815 3840 Obhalb sollte eben Ja der Bereich Des mittleren Boninger Band Wieder erreicht werden Haben wir am Freitag Hingesquist Gestern Nochmal leichtes hochgeholt Fast getestet Das mittlere Boninger Band Mal sehen Ob wir rüberkommen Kommen wir rüber 3940 Knapp Wäre in der Tat Hier oben auch Der Bereich 4000 4020 Hier haben wir noch Eine Gap Zone Offen Wäre auch Der Abwärtstrend Seit April Wäre dann hier Ein Kombi Widerstand Den wir um 4020 Hätten Also die Stabilisierung Oberhalb des mittleren Boninger Band Grau zu sehen Wird die Tür Noch ins Gap Und zum Abwärtstrend Öffnen Haben wir ein Problem Hier am mittleren Boninger Band Kann das sogar Topisch sein Dass wir uns dann langsam auf dem Weg nach unten bewegen Mitten hier bei 3810 3840 Erste Relevante Unterstützungszonen Darunter Wird da eine Eintrübung Stärkere Eintrübung Richtung möglichen Doppelboden Gegebenenfalls Unechtes Gap Gap Gals Hier bei 3670 Folgen Aber das ist die Frage Die jetzt erstmal steht Wird das hier ein Gipfelprozess Den wir haben Eine Top Bildung Am mittleren Boninger Band Oder kommen wir heute noch rüber Mithilfe des Windung Tracing Da muss man auch mit der 4000 Noch rechnen Kurz herein Gezoomt Noch in den Tagesschort Die einzelnen Cluster Sehen Squeeze am Freitag Gestern Schwächere Tageskarte Bei besseren Daten So ist das momentan 3910 Erste relevante Zone Oberhalb wäre das mittlere Bollinger Band Um 3930 Das Ziel Kurz darüber Die Verbindungslinie Bei 3940 Wäre das der erste Cluster Den wir hätten Kommen wir dort rüber Weitere Auffällungen Wie bereits gesagt 3960 Zu 3980 An der ersten Gapzone dran Gap Plus Wäre bei knapp 4020 Für heute sicherlich Alles so viel Aber wer sonst hier Fürs Windows Tracing Richtung Quartalsende Und da bei 3910 Hingegen Erste Spanne Zu 3885 Darunter die 3860 Und 3845 Da wird es dann schon spannend Dann brechen wir hier durch Haben wir die erste Eintrübung Wir gehen hier vermutlich Ins Gap hinein 3820 Zu 3000 Na Ist das hier knapp 3955 Äh 3000 Meine Güte Sagen es richtig 3795 Wäre diese Tür Dann wieder geöffnet Vermutlich Kommt dann auch noch etwas Nach Hinein In den Dow Jones Der hat auch seine Rallye hingelegt Auch über das 236 Retracement Vom Allzeithoch Zum Jahrestief Mal sehen Gestern dort Unterhalte Also am Retracement Halt gefunden Und sich oberhalb Schwach Stabilisiert Können wir uns Weiterhin stabilisieren Kann ich mir vorstellen Dass auch hier diese Rallye Noch erweitert wird Wir hatten sie im Mai Die Kontorelly 8,5% Jetzt liegen wir bei 6,2% Das ist eigentlich immer Schwache Rallyes Normalerweise Das waren extrem Historisch überverkauft Im sehr schwachen Sentiment Das sage ich ja schon Häufiger Eigentlich ist es so Negativ Dass es eher bullisch wäre Und dann komm Akten zu dem So einen Short-Squeezes Herein Mit dem wir jetzt Leben müssen Aber diese Kontorellys Sind wirklich flach Für einen Bären Normalerweise Können die auch mal Zweistellen im Prozentbereich fallen Mal sehen Wenn wir jetzt hier hochlaufen Noch In das Gap-Close hinein Dann wäre es schon Ein bisschen besser Da wären wir Auch bloß Etwas über 8% Analog zur Rallye Im Mai Also oberhalb Hier der 31.000 Knapp 400 Das Retreat Mit der alten Gap-Zone Wäre auch eine weitere Rallye hier möglich Um knapp 800 Punkte In die nächste Gap-Zone In den Abwärts-Trend Von April Hinein Möglich Und daher hingegen Trübt sich die Sachlage Doch wieder merklich ein Dann muss man davon ausgehen Dass hier auch eine Top-Bildung Bereit stattfindet Und der Rücklauf Danach folgt In die erste Gap-Zone Bei knapp 30.670 Ja, diese Frage stellt sich Jetzt beim US-Mark War es das schon Mit Test des mittleren Bollinger-Bandes Ist er noch nicht ganz getestet Hier ist das mittlere Bollinger-Band hochgelaufen Und jetzt mal sehen Ob wir auch noch Drüber kommen Können die 31.450 Knapp erste relevante Zone Für den Dow Jones Heute oberhalb Wäre das mittlere Bollinger-Band WM der Winter Erste Test 31.640 Im Idealfall Kommen die Bullen Direkt oberhalb rein Wäre die Einladung Jetzt kommt Window-Tracing Da kommt noch was drauf In den nächsten Zweifelstagen Die 31.820 Wäre dann ein gutes Ziel Für heute Darüber Eröffnung 931.985 Zur 32.050 Wären wir an der ersten Gap-Zone angekommen Gap-Close wäre dann hier 32.270 Aber wie gesagt Das wäre dann eher das Hier für das Window-Tracing Das holen wir Wahrscheinlich nicht An einem einzelnen Tag Achso Bärische Verlauf Auch noch Auf der Unterseite Unterhalb der 31.450 Hingegen hätten wir Die 31.220 Als ersten Cluster Bärischen Darunter wird der erste Gute Support Um knapp 31.030 Falls wir dort Durchbrechen Auch alles nicht An einem Handelstag Wahrscheinlich Gap-Zone möglich 30.850 Und die 30.720 Dann wäre dieses Gap dann auch Geschlossen Hier aus der Vorwoche Eröffnung Freitag hinein Noch in den Nestec Kurz der Monatschart Warum der Monatschart Auch hier Monatswechsel Steht an Quartalswechsel Steht an Das erste Halbjahr Ist vorbei Das schwächste Halbjahr Seit 1930er Jahre Und hier War ja auch Der wichtige Cluster Den wir aktiv Hatten Bei dem Ich zoome Einfach ein bisschen Hier ran Wir hatten das In der Woche Immer besprochen Hier der Durchbruch Durch die 13.700 Meine Stimme Leidet ein bisschen Es war einfach Zu viel Klimaanlage Luft In letzter Zeit Ein 13.720 Durchbruch Sollte eben Die Tür öffnen Zur Unterkante Zum unteren Bollinger Band 11.000 10.800 Haben wir getestet Jetzt gilt es Ja diesen Bereich Zu verteidigen In den Quartalsabschluss Damit dieser Cluster Weiter aktiv ist Im kommenden Quartal Im kommenden Monat Also Freitag Dann verläuft Dieser Bereich Dann bei knapp 11.200 Es wäre also gut Es wäre also gut Dass man sich Klar absetzt Diesen Cluster Hier verteidigt Und daher Brechen wir hier Durch Ruft vermutlich Der vierstellige Bereich Deswegen wichtig Stabilisierung Kerzen mit Lunter ausbilden Hier schon ein bisschen Zu sehen Dieser Stabilisierungsversuch Ist zumindest Zu erkennen Und sollte mit etwas Windertressing Eigentlich auch In dem Monatsschluss Gefunden werden Das ist in das Übergeordnete Bild Tagesshort Auch noch Mittleres Borninger Band Wieder erreicht Dresden Erreicht 23.6 Dresden Und dann eben Eine schwächere Tageskerze Am mittleren Borninger Band Hier gefunden Das ist jetzt Diese Entscheidungshunde Die wir haben Ich wiederhole mich Top Bildung Jetzt übergehen Vielleicht noch Meine schwachen Tageskerze Inheben Und dann Richtung Quartalsabschluss Doch wieder runterfallen Eine wichtige Unterstützungshunde Was ein bisschen Burskäse wäre Die Bullen müssen Windertressing hier ausbauen Oberhalb der 12.160 Die AFA Oberhalb reinkommen Heute Da kann man direkt Weiter aufbauen Und den GD50 Die 50 Tageslinie Bei 12.480 Ziemlich zügig Ansteuern Geht es noch drüber Ja Da wären wir hier oben Wieder angekommen Bei 12.900 Und dann könnte man Hier gegebenenfalls Eben auch wieder Eine ISKS Hoffnung Hier Leben Das wäre dann Das bullische Szenario Für den Quartals Wechsel Alles unterhalb Sehen wir jetzt Eine schwäche Periode 12.160 Mittleres Bollinger Bei 12.030 Unterhalb Droht er Die Top Will und dass eben Diese Kontarelle Wieder sehr flach Von uns Bereits In sich Zusammenfällt Obwohl wir Ein so negatives Umfeld Haben Dann wäre In das erste Gap Hier 11.700 Eine Anlaufzone Im weiteren Schritt Das nächste Gap Unter mögliche Doppelboten An der 11.270 Auch hier nochmal Herangezoomt In den heutigen Clusterbereich Mittleres Bollinger Band Hier Des Redrehs Bei knapp 12.030 Erste Relevante Zone Wo stehen wir Knapp Oberhalb Wäre dann Die 12.160 Die ich eben Der Wind habe Erste Erste Kleiner Cluster Innerhalb der Vortageskerze Im Idealfall Kommen die Bullen Direkt oberhalb Rein Während der Einladung Da kommt noch Window Dressing 12.270 Und die 12.340 Wären dann Die erste Anlaufzone Darüber Die Erweiterung 12.570 Unterhalb der 12.030 Hingegen Wie gesagt Dann sieht die Sache Ein bisschen Topisch aus Über die 11.940 Kurzfristiger Aufwärtstrend Zum Wochenpivot Und bei 11.880 Wäre dann Unser erster Bärwascher Cluster Darunter die Eintrübe In die Gapzone 11.815 Zur 11.720 Was soll es gewesen sein Mit dem kurzen Market Briefing Ja es geht Wieder los Ich bin wieder da Wir begleiten es In Wochen Dicht in Wochen Den Monats Und Quartalsabschluss Gemeinsam Es wird spannend Weil wir so In einer wichtigen Unterstützungszone Stehen Große Differenz Zwischen DAX Und Der Wall Street Die jetzt schon Eine gute Kontrolle hingelegt Hat Im Rahmen Also mehr Ein Squeeze Eigentlich gewesen Der DAX So gar nicht Richtig mitgemacht Da kann man das Ist noch auf Und sehen wir Noch ein bisschen Window Tracing Ja oder Nein Diese unbekannte Glaube ich Dass er diese Bis Mittwoch Und Donnerstag Dann auch die PCE Daten Aus den USA Inflationsdaten Nehmt Dass man diese Unsicherheit Mitnehmen Und diesen Kampf Zwischen Ja Window Tracing Und Umfeld Ist doch Zu mies Gas Etc Dass man Diese Volatilität Halten Und Wehe Dann die Inflationsdaten Geben Eine Das ist Eins Das Hüngle An der Waage Sehen Sie Die Überraschung Auf der Unterseite Sehen wir Starkes Window Tracing Noch ein Squeeze Ende Monat Zu Abschluss Hinein Und Die Stabilisierung Kein Bullischer Durchbruch Aber Stabilisierung Für den Juli Sehen wir Eine Negative Überraschung Wäre es Der Das soll es gewesen sein Auf Trading Portal Sehen wir Uns Gleich Wieder Schauen Ist Da Man Den Start An Future Aktuell Fester China Wirkt Ein Bisschen Wirkt Ein Bisschen Wirkt Ein Bisschen Stütz Es Kommt Die Meldung Hinein Vermut Dass Russland Die Anleihen Nicht Bedienen Könnten Und Jetzt Offiziell Ein Auszahlung Ausfall Zu Vermelden Hat Und Eigentlich Insolvent Ist Obwohl Man Solvent Ist Direkten Einfluss Auf Die Russische Wirtschaft Haben Wird Aber Diese Meldung Gab Es Noch Wir Sehen Euch Auf Trading Portal Net Ich Wünsche Euch Einen Guten Start Diesen Handelstag Gott sei Dank Ist Diese Hitze Weg Dann Kann Auch Die Klimaanlage Aus Und Der Husten Verschwindet Auch Das soll Es gewesen Sein Macht 's Gut Und Tschau